Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute aus Schwerin. Wir sind zu Gast bei Till Backhaus, dem Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt. Herr Backhaus, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass Sie unsere Fragen beantworten. Wir steigen auch gleich ein. An dem Thema kommt keine mehr vorbei, Ukraine-Konflikt. Wie geht es Ihnen natürlich persönlich damit und natürlich als Minister eines Bundeslandes? Ja, zum einen ist es für mich unerklärlich, warum man zu so einem Krieg gekommen ist, dass wir Krieg in Europa haben. Ich habe das große Glück, dass ich in der DDR ohne Krieg in der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen bin. Und für mich ist das unvorstellbar, dieses Leid von Menschen mit anzusehen. Und für mich ist auch klar, wenn sich zwei streiten, ist nie eine alleine Schuld. Aber es ist noch lange kein Grund, Krieg zu führen. Und insofern ist meine Hoffnung, dass wir schnell auf diplomatischem Weg eine Lösung finden, dass dieser unsichtliche Krieg beendet wird und dass diese Vertreibung von Menschen ein Ende hat. Und ich fordere natürlich wie alle anderen auch, dass möglichst schnell oder am besten sofort dieser Krieg beendet wird. Die Auswirkungen sind jetzt noch nicht absehbar. Aber dass es Auswirkungen gibt, das wissen wir alle. Menschen sprechen von einer Zeitenwende in der Politik und in den Medien. Was heißt das für die Landwirtschaft? Was heißt das auch für die Märkte weltweit? Insgesamt prallen ja hier zwei Welten aufeinander. Insofern ist es sicherlich so, dass wir in einer Zeitenwende und wir sind auch in einer völligen Umbruchphase. Wo das hinführt, das mag ich mir noch nicht so ausdenken. Aber wir müssen natürlich auch Worst-Case-Betrachtung durchführen. Das kann ja alles noch viel, viel schlimmer werden. Und dann ist ja eines vollkommen klar. Wir müssen in Deutschland – ich bin Klimaschutzminister, ich bin Landwirtschaftsminister, ich bin Umweltminister und ich bin auch für die ländlichen Räume zuständig – wir müssen diese Zeit jetzt nutzen, so bitter es ist und umstellen. Wir müssen uns autark machen. Ob Energie, die Lebensmittelproduktion und sicherlich müssen wir auch von unserem Wohlstandsgedanken, dass wir alles im Überfluss haben, dass wir uns alles erlauben können. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, da in uns zu gehen und wieder Prioritäten zu setzen. Und da will ich mal die wichtigsten Punkte herausgreifen. Das eine ist, wir brauchen hochwertige Lebensmittel zur Versorgung der allgemeinen Bevölkerung. Und wir müssen sicherlich auch andere versuchen, mit zu versorgen. Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren große Hungersnöte entstehen, weil gegebenenfalls Russland oder die Ukraine komplett ausfallen. Wenn man bedenkt, Russland ist allein am Weltexport bei Getreide mit 15 Prozent heute dabei oder die Ukraine mit 12 Prozent. Wenn man das mal zusammensetzt und zusammenrechnet, sind das 27 Prozent der gesamten Getreideversorgung, könnte ausfallen. Und das wird Konsequenzen haben. Und deswegen glaube ich, wir sind ein Grundstandort. Die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ein wichtiger, wichtiger, sehr wichtiger Volkswirtschaftszweig. Es ist ja alles auch unter Corona, ist alles da gewesen. Niemand musste hungern. Niemand brauchte auf Bedarfsgegenstände verzichten und auch Getränke vom Wasser bis zu allen anderen Dingen war alles vorhanden. Und deswegen sage ich immer wieder, auch wieder ein Stück auch an die Landwirtschaft zu denken und sich zu bedanken, dass man nicht nur sagt, ach, das sind ja die, die da mit einer Spritze durch die Gegend fahren oder mit Dünger durch die Gegend fahren und hier Probleme machen. Wir alle leben hier und sind nur zu Gast auf diesem Planeten. Das ist mein Grundsatz. Und daran hat sich jeder zu halten. Also könnte man sagen wirklich, dass Klimaschutz und Umweltschutz ein Stück weit Luxus werden, die man sich jetzt auch leisten muss? Und wenn die Bedingungen es aus nicht mehr zulassen, dass wir das ein Stück weit zurückfahren müssen? Nein, ich glaube, dass der Klimaschutz, das sind für mich insgesamt die Punkte, die ich aufzählen möchte. Erstens Klimaschutz. Zweitens die Artenvielfalt stabilisieren. Drittens das Wasser sauber zu kriegen. Und viertens, das wird immer vergessen, dass wir ressourcenschonende Lebensmittel produzieren. Sonst hat dieser Planet mit der Menschheit keine Chance. Und da ist Deutschland sicherlich in einer Vorreiterrolle. Mecklenburg-Vorpommern ist in einer Vorreiterrolle. Wir haben hervorragende Böden. Wir haben hervorragend ausgebildete Landwirte. Wir haben auch hervorragende Verarbeitungsstandorte in Mecklenburg-Vorpommern. Und Klimaschutz und Artenschutz und diese Punkte, Lebensmittelproduktion und auch das saubere Wasser, sind die Überlebenschancen für diesen Planeten. Ja, die Besitzverhältnisse der Landwirtschaft wären, glaube ich, zum Problem, weil es oftmals ja keine Bauern mehr sind vor Ort, sondern größere Konglomerate, die hier, man sagt, ein Drittel der Fläche schon bewirtschaften. Und der Ruf nach einer neuen Bodenreform, sage ich jetzt mal ketzerisch, hört man ja schon. Ja, ich habe das ja immer mit großer Sorge gesehen, dass hier die, dadurch, dass wir aus der ehemaligen DDR mit größeren Strukturen gekommen sind, haben wir natürlich außer landwirtschaftliches Kapital angezogen. Leute, die nicht wohin wissen mit ihrem Geld, haben sich gesagt, naja, dann kaufe ich doch mal so einen Nachfolgebetrieb, der ehemaligen LPG oder auch der ersten Privatisierungswelle. Und nun haben wir Betriebe, die haben in Größenordnung auch Betriebsfläche, so große Betriebe hatten wir zu derzeit nicht. So, aber sie haben sich integriert und wer sich hier integriert und mithilft, auch die Wertschöpfungskette zu verbessern, der ist hier willkommen. Und auf der anderen Seite denke ich ja immer noch darüber nach, ob und inwieweit wir auch die Flächenvergabe ein bisschen besser steuern können. Ich hoffe, dass wir mit dem Bauernverband damit weiterkommen. Und ich möchte ja vor allen Dingen auch jungen Menschen eine Chance geben. Wir hatten Sie auch vor der Kamera bei Bauerndemonstrationen, Herr Minister, und da haben Sie ziemlich scharfe Ansprache auch den Bauern gegenüber hervorgebracht. Als die Bauern natürlich fordern, Düngemittelverordnung muss überarbeitet werden, haben Sie natürlich auch ganz klar gesagt, Mensch, guckt auf die Qualität des Wassers, ihr seid mit dran schuld und da muss sich was tun, Nitrate, Pestizide, das müssen wir anders handeln. Sind Sie nach wie vor so vehement für natürlich einen beschränkten Einsatz dieser Mittel? Also ich will nicht beschränken, sondern es geht darum, dass wir den Ertrag auf der Fläche mit den Nährstoffen, die dieser Ertrag, die Pflanzen aufnehmen, dass das im Einklang passieren muss. Es kann ja nicht sein, dass wir für die nachfolgende Generation oder für uns das Grundwasser tatsächlich verunreinigen, ob das mit Nitrat ist oder ob das mit Pflanzenschutzmitteln oder mit Medikamenten ist. Ja, das geht nicht so. Und das wissen auch die Landwirte. Sie sagen ja selber, sie wollen auch sauberes Wasser haben, aber sie tun immer so, als ob sie es ja nicht gewesen sind. Ich zeige ja auch nicht auf den einzelnen Landwirten, sondern ich sage, Leute, liebe Bauern, liebe Landwirte, wir müssen im Einklang mit der Natur wirtschaften. Und wir werden es in diesem Jahr ja sehen. Der Stickstoffpreis ist so hoch wie noch nie. Und damit wird man auch sehr, sehr gezielt mit Nährstoffen umgehen. Und trotzdem glaube ich, werden unsere klugen Bauern mit modernster Technik, mit digitalisierter Strategie, aber auch mit einer hohen Verantwortung für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, werden sie ja auch gute Erträge erzielen. Ich bin mir ganz sicher. Heute hat ja der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ja ziemlich viel Wut auf sich gezogen, als er gesagt hat, wir können unsere Landwirtschaftsprodukte nicht mehr so verramschen, sondern müssen da auch etwas am Preis drehen. Gerade was Fleisch anbelangt, Fleischproduktion oder eben auch andere hochwertige Landwirtschaftsprodukte. Wie ist Ihre Haltung dazu als Minister für Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, wie man sieht, bin ich ja kein Vegetarier. Herr Özdemir ist Vegetarier. Und ich glaube, zu einer ausgewogenen Ernährung, das muss jeder für sich selber entscheiden, gehört auch Fleisch. Und wir wollen als sozial denkender Mensch, der ich ja bin, wir wollen gute Lebensmittel für jeden produzieren. Und das muss auch noch zu Preisen geschehen, damit sich das jeder erlauben kann. Ja, ich gehöre nicht zu den oberen 10.000, wie Herr Özdemir, sondern ich gehöre zur Basis. Und deswegen glaube ich, brauchen wir natürlich eine Lebensmittelbereitstellung, die ausgewogen ist. Was ich auch sage ist, wir haben in dieser Wohlstandsgesellschaft auch ein bisschen vielleicht viel an Fleisch gegessen. Früher, Sie kennen das auch noch, ich kenne es jedenfalls auch, da gab es am Sonntag Fleisch. Und mein Vater oder unser Vater hat dann auch zwei Stücken bekommen. Ein Stückchen auch sich zurückzubesinnen, eine pflanzenbetontere Ernährung zu entwickeln, ist erstens gut für unsere Gesundheit, das ist gut für die Landwirtschaft und das ist auch gut für die Allgemeinheit. Und das bedeutet unterm Strich, nochmal, wir wollen eine zukunftsgerechte Landwirtschaft. Wir wollen aber auch auskömmliche, faire Preise für Lebensmittel haben. Aber auch die Landwirtschaft soll natürlich auch mit den Produkten Geld verdienen müssen. Das geht ja gar nicht anders, sonst haben wir sie in der Zukunft nicht mehr, unsere Bauern. Vor wenigen Tagen gab es einen Brief, einen offenen Brief der Schweinehalter Mecklenburg-Vorpommern, die sich natürlich da beklagt haben, dass die Zustände so sind, dass sie im Grunde nicht mehr produzieren können. Die Weltmärkte kollabieren letztendlich ein Stück weit. Haben wir zu viel Schweineproduktion in Mecklenburg-Vorpommern bzw. Deutschland gehabt? Also in Deutschland haben wir sicherlich an bestimmten Standorten, wenn ich da nach Niedersachsen, nach Nordrhein-Westfalen schaue, da haben wir Ballungen von Tierhaltung, die haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Ich sage ganz klar, wir haben sicherlich größere Strukturen, aber den Schweinehaltern in Deutschland geht es zurzeit ganz, ganz schlecht. Uns sind die chinesischen Märkte weggebrochen und sind auch durch Corona, man selber hat weniger gegrillt, es gab die Dorffeste nicht, die Großveranstaltungen haben nicht stattgefunden, und die Außerhausversorgung hat mehr oder weniger überhaupt nicht mehr stattgefunden. Das bedeutet, der Fleischverbrauch, insbesondere in Deutschland, ist massiv dort zurückgegangen. Und jetzt müssen wir, genauso wie der Hotellerie und Gastronomie, müssen wir diesen Betrieben auch helfen. Ich habe mehrfach auch die Bundesregierung gebeten, endlich hier Hilfestellung zu gewährleisten. Es gibt jetzt endlich die Zusage aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Herrn Habeck, der ja auch mal Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war, dass man die sogenannte Härtefallklausel anwenden will und die Länder damit die Möglichkeit haben, auch die Corona-Hilfen bereitzustellen. Ich hoffe, dass unser Wirtschaftsminister das denn jetzt auch bald vornehmen wird. Wir haben ja nicht nur Corona, wir haben auch afrikanische Schweinepest, wir haben die Vogelkrippe noch dazu. Aber nochmal auf die Schweinehalte bezogen, lässt sich auch auf andere Bereiche der Tierproduktion aus den Massentierhaltungen. Das ist auch immer ein Thema für Sie gewesen, wo Sie gesagt haben, das darf nicht auswuchern. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir dadurch, dass ich ja selber diese Ausbildung gemacht habe und mit meiner Händearbeit auch praktisch in der Landwirtschaft gearbeitet habe, ich glaube, dass der Landwirt der Zukunft mit der Tierproduktion und der Flandenproduktion schlicht und ergreifend zusammengehören. Ich kann nur von der Fläche leben. Wir können doch nicht aus dem Regenwald, wo ja nicht die Waldbrände stattfinden, sondern dort wird abgeholzt, abgebrannt. Die Regenwälder werden abgebrannt, damit da dann Soja produziert wird und Palmöl oder Sojaöl bzw. Futtermittel, Eiweißfuttermittel nach Deutschland gebracht werden, um damit die Schweine zu füttern. Das geht doch nicht, das ist doch nicht zu verantworten. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine umweltverträgliche, zukunftsfähige Landwirtschaft. Die Menschen in Deutschland wollen, dass wir mehr Tierwohl, dass es den Tieren besser geht, dass sie ihr artgerechtes Verhalten ausüben können. Und deswegen glaube ich, dass ich ja bei den Verhandlungen auch in Berlin klug verhandelt habe. Wir brauchen zwei entscheidende Punkte. Punkt eins, die Verbraucher sollen wissen, die Tiere sind in Deutschland geboren, sind hier aufgewachsen, sind hier verarbeitet und sind hier vermarktet. Fünfmal D. Das soll auf der Verpackung draufstehen. Und zum Zweiten, wir wollen endlich ein staatlich verbindliches Tierwohl-Lebel haben. Und das muss umgesetzt werden. Und daran werde ich jedenfalls Herrn Özdemir auch messen, dass er das umgesetzt bekommt. Das steht im Koalitionsvertrag und das muss jetzt umgesetzt werden. Letzte Frage zum Thema Landwirtschaft nochmal. Es stehen ja viele junge Bauern und Bäuerinnen ja bereit, die ein Studium gemacht haben, die gerne landwirtschaftlich aktiv werden wollen. Nun wissen wir, der Personalbedarf ist in diesen hochtechnologisierten Betrieben nicht mehr so gegeben, aber die an Land rankommen wollen, das pachten wollen, kaufen wollen. Was sagen Sie diesen jungen Menschen? Ja, erstens, wir brauchen natürlich gut ausgebildete junge Leute in der Landwirtschaft. Und zum Zweiten, wenn sie einen Landwirtschaftsbetrieb entwickeln wollen, sie sollten regelmäßig auf unsere Internetseiten gehen, insbesondere bei der Landgesellschaft, das ist ja eine Tochter des Landes, dort werden Flächen ausgeschrieben. Und ich nehme zur Kenntnis, dass sich erfolgreich junge Leute auch beworben haben, mit Projekten, der Ökolandbau, die Regionalität und, ich sag mal, auch klein anzufangen und sich dann auch zu entwickeln über Nebenerwerb zum Haupterwerb. Das sind aus meiner Sicht wirklich Möglichkeiten oder auch Spezialkulturen. Im Gewürz- und Heilpflanzenbereich kann man heute sehr viel Geld verdienen. Oder auch mit Geflügel, wenn ich die Ökolandwirte sehe, die im Geflügelbereich sich etabliert haben, die haben mit einem Hühnermobil angefangen und haben heute 50, 60, 100 Hektar in der Bewirtschaftung und können damit sehr, sehr gut leben. Und da wollen wir weiter mit helfen, dass auch junge Menschen eine Chance bekommen. Klimaschutz ist ein großes Thema jetzt, ein neues Thema für Sie. Wenn man so will, ist ein altes Thema, weil Sie waren schon immer Klimaschutzminister ein Stück weit. Das große Thema Renaturierung, zum Beispiel der Moore, das wurde durch Ihr Ministerium vorangetrieben auch. Da ist Mecklenburg-Vorpommern Vorreiter, wenn man so will. Weltweit wird hier nach Deutschland nach Mecklenburg-Vorpommern geguckt, auf diese Projekte auch mit Professor Succo im Zusammenhang. Wie sieht es damit aus? Können wir uns das noch leisten? Sind die Plätze da, wo man Moore renaturieren kann? Ja, also insgesamt ist es ja tatsächlich so, wir sind jetzt vollständig Klimaschutzministerium. Das habe ich ja jetzt dazu bekommen. Und wir arbeiten mit Hochdruck. Das ist ein ganz großer Schwerpunkt. Gerade heute in der Kabinettssitzung habe ich mich durchsetzen können. Wir haben jetzt die interministerielle Arbeitsgruppe zum Klimaschutz eingerichtet. Alle Ministerien werden daran beteiligt. Und mein Ziel ist es, Mitte des Jahres einen großen Dialogprozess auf den Weg zu bringen, wie unser zukünftiges Klimaschutzgesetz aussehen soll. Ich kann drei Eckpunkte nennen. Punkt eins, wir müssen bis 2030 die Landesregierung CO2-neutral gestellt haben. Das heißt, es gehört vom Prinzip her auf jedes Dach, etwas plakativ jetzt ausgedrückt, gehört eine Solaranlage. Und wir müssen CO2-neutral und energieautark werden. Bis 2040, vielleicht sogar aufgrund dieser schrecklichen Außeneandersetzung, die wir in Europa haben. Vielleicht sogar müssen wir noch schneller werden. Nämlich dann insgesamt für das Land Mecklenburg-Vorpommern bis 2040 komplett CO2-neutral zu werden. Und dazu gehört natürlich, dass wir uns die Wirtschaftsbereiche anschauen, wo haben wir die größten Emissionen. Das ist die Wirtschaft, das ist der Verkehr, das ist die Landwirtschaft und es ist natürlich auch der Umweltbereich. Und das sind wir automatisch bei den Mooren. Und in den Mooren, da wissen wir heute fast sechs Millionen Tonnen CO2 von 19 Millionen Tonnen, die wir noch insgesamt einsparen müssen, die kommen allein aus den Mooren. Und unsere Vorfahren, die haben die Moore entwässert. Warum? Weil es Hunger gab in Deutschland. Deswegen hat man ja versucht, auch diese Moore trocken zu legen, um darauf Landwirtschaft zu betreiben, um den Hunger zu besiegen. Den Hunger haben wir längst besiegt. Und jetzt müssen wir quasi die Moore wieder nass machen. Moore müssen nass, aber wir wollen darauf auch Energieproduktion entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass wir da Solarparks mit entwickeln oder auch eine sogenannte nasse Landwirtschaft entwickeln. Ich nehme mal Rohrkolben oder die Reetproduktion, um dann Baustoffe oder auch das ganze Thema erneuerbare Energien voranzubringen. Mal ganz kurz die Nachfrage, warum sind Moore da so relevant beim Klimaschutz, bei der CO2-Bindung? Ja, weil die Moore eben Kohlenstoff, das ist ja der ganz große Kohlenstoffspeicher, also ein CO2-Speicher. Und wenn ich diesen Kohlenstoff praktisch in die Nutzung nehme und wir haben allein noch 12.000 Hektar als Ackerland, dann verpufft vom Prinzip her diese CO2 in die Luft. Und das sind Methan-Äquivalente und das sind mit die klimaschädlichsten Gase, die wir überhaupt auf diesem Planeten haben. Und das ist tatsächlich so. Mecklenburg-Vorpommern ist in einer Vorreiterrolle. Wir sind mit das moorreichste Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben mit Professor Suko ja einen absoluten Protagonisten und auch mit der Universität Kreiswald haben wir Treibhausgasmessungen in den Mooren auch wissenschaftlich bewiesen, auf den Weg gebracht. Und wenn es uns nicht gelingt, auch diese Moore wieder nass zu bekommen, werden wir das Klimaziel 2030, 2040 nicht erreichen. Und deswegen müssen wir hier angreifen und wir müssen auch mit der Landwirtschaft und mit den Menschen in den Regionen dafür sorgen, dass man versteht, warum und weshalb wir das machen müssen, nämlich um den nachfolgenden Generationen das Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen. Und jeder, jeder, das ist ab heute jedenfalls festgeschrieben, jeder kann seinen eigenen Beitrag leisten. Wir werden Wettbewerbe machen, mehr mit dem Fahrrad zu fahren, Mobilität zu reduzieren, aber selber auch einen Beitrag zu leisten, das Klima zu schützen, auch zum Beispiel eben Lebensmittel nicht einfach wegzuwerfen. Wir werfen ja nach wie vor über 70 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr pro Einwohner weg, das ist unverantwortlich. Also wir können, jeder kann seinen eigenen Beitrag leisten und die Landesregierung wird dieses Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Und ich hoffe, dass wir kluge und gute Ideen auch in den neuen, in den zusätzlichen Veranstaltungen, die wir machen werden, dann auch gute Ideen auf den Tisch gelegt bekommen. Letzte Frage, komplex nochmal das Thema Wald. Wald ist ja für den Menschen natürlich unheimlich wichtig, wird wahrgenommen als Naherholungsgebiet. Da gehe ich gerne hin, da radle ich gerne durch. Im Moment wird davor gewarnt, in den Wald zu gehen, weil vielleicht noch sozusagen Holz umfallen könnte aufgrund der Stürme, die hier stattgefunden haben. Im Wald ist viel Technik im Einsatz, die auch die Schäden beheben mit. Nun gibt es um den Wald herum so eine Diskussion und es ist immer so ein Streit um Deutungshoheit. Die einen sagen, man sollte den Wald jetzt komplett sich selbst überlassen. Die anderen sagen, nein, Wald ist auch immer ein Stück weit wirtschaftsgut gewesen und muss bewirtschaftet werden. Wo geht der Trend hin? Was sagen Sie, dass man bestimmte Flächen sich selbst überlässt und aber den Großteil noch weiter bewirtschaftet? Also erstens, wir sind ja ein relativ waldarmes Bundesland. Mein Ehrgeiz ist, ausdrücklich die Waldmehrung als zusätzlichen Wald anzulegen. Wir sind das einzige Bundesland, das ein ganz großes Programm aufgelegt hat. Bis zu 700, maximal 800 Hektar pro Jahr werden neu aufgeforstet. Dann bin ich total glücklich darüber, dass wir dieses Programm haben. Dafür haben wir 20 Millionen zur Verfügung für die nächsten Jahre. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, wir sind auch in der Vorreiterrolle, Wälder aus der Nutzung zu nehmen. Zehn Prozent der Wälder im Mekdomil-Vorpommern sind bereits aus der Nutzung genommen worden. Und damit leisten wir einen immensen Beitrag für Klimaschutz, Artenschutz und auch sauberes Wasser. Das sind die Naturschutzgebiete, aber diese Flächen sind aus der Produktion genommen. Und der andere Punkt ist, man muss natürlich auch bedenken, Wald schafft Zukunft. Und der Wald hat natürlich auch als Wirtschaftsfaktor, als soziale Komponente, wenn ich das sagen darf, allein durch die Holzwirtschaft, von den Pflanzen der Bäume bis zur Verarbeitung im Cluster in Wismar, den habe ich selber mit angesiedelt oder wir haben ein großes Laubholzsägewerk, wir haben auch kleine und mittelständische Unternehmen, dann machen wir einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Und in dieser Branche, in der Holzbranche sind insgesamt 14.000 Menschen beschäftigt. Wenn wir mal überlegen, wie viele sind da noch in den Werften beschäftigt, dann kann ich nur sagen, das sieht man nicht einfach so, was die Waldwirtschaft und die Holzwirtschaft anbetrifft, aber es ist ein wichtiger Volkswirtschaftszweig. Dieser Kreislauf funktioniert auch. Und der Kreislauf funktioniert relativ gut, bis auf eine Grundaussage, der Rohstoff, auch daran müssen wir uns gewöhnen, der Rohstoff Holz, der Rohstoff ist eigentlich nach wie vor viel zu billig. Und andere in der Kette, ob das Sägewerk oder die Vermarktung, wenn Sie heute in den Baumarkt gehen und ein Brett kaufen, dann reiben sich die Augen, was Holz mittlerweile kostet. Also hier verdienen auch in der Kette, verdienen viele sehr viel Geld, nur der Rohstoff verdient kein richtiges Geld. Und deswegen glaube ich auch, dass meine Strategie im Übrigen auch vor dem Hintergrund der Umstellung auf Dauerwald, das ist ein wissenschaftlicher Begriff, das heißt, wir werden als einer der wenigen Bundesländer überhaupt in Deutschland den Wald, den Landeswald, das sind 250.000 Hektar, sukzessive in ein Dauerwaldsystem umbauen. Was heißt das? Wir entnehmen nicht ganze Areale von Holz, sondern wir nehmen den Einzelbaum und geben ihn dann in die Wertschöpfungskette und lassen dann wieder seine Nachkommen wieder hochwachsen. Und das ist das Prinzip des Dauerwaldes und damit leisten wir einen immensen Beitrag für Klimaschutz, Artenschutz und sauberes Wasser. Und deswegen glaube ich auch, es ist an der Zeit, dass unsere Wälder, ob Privatwald oder Kommunalwald oder natürlich auch der Landeswald, für seine Ökosystemleistungen, nämlich für uns, für das Klima, für sauberes Wasser, für den Artenschutz, aber auch für den Tourismus, für die Ästhetik, für Kunst und Kultur, dafür muss man auch bereit sein, einen Ausgleich zu zahlen. Und da sind wir die Ersten in Deutschland, die auch da die sogenannten Ökosystemleistungen entwickelt haben. Und ich hoffe, dass wir da auf Bundesebene jetzt weiterkommen. Damit wird Wald auch wieder attraktiv, auch für die Zukunft, auch Wald zusätzlich anzulegen in Deutschland. Diese Zusammenwirkung von Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt, funktioniert das in einem Ministerium? Ich glaube, ja. Ich glaube, man kann heute festhalten, wir sind ja nicht nur für die Landwirtschaft, für den Klimaschutz oder auch für den Umweltbereich, sondern auch für die ländlichen Räume zuständig. Das ist ein hochkomplexes Thema. Ich bin ja auch für den Sturmflutschutz oder auch für den Hochwasserschutz zuständig. Da gibt es immer wieder Diskussionen, passt das eigentlich zueinander? Aber ich glaube, dass wir als Lebensministerium tatsächlich diese Komplexität der Aufgaben erfüllen. Und natürlich gibt es Reibereien, es gibt auch mal Streit, das muss auch mal sein. Aber dann ist es auch wieder gut, am Ende muss irgendeiner entscheiden. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren ja auch bewiesen haben, gucken sich andere Ministerien an oder in anderen Bundesländern, wo es da Pleiten, Pech und Pannen gegeben hat. Ich kann wirklich sagen, dieses Haus ist zusammengewachsen. Und dass ich jetzt den Klimaschutz dazu bekommen habe oder auch den Strahlenschutz, das hat ja vielleicht auch etwas damit zu tun, dass dieses Haus wirklich gut funktioniert. Es sind hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier tätig sind. Und ich glaube, wirklich zu Recht sagen zu können, wir sind das wirkliche Lebensministerium und sind am Puls der Zeit. Wir haben mit dem Thema Ukraine begonnen. Wir wollen auch mit dem Thema enden. Das heißt, auf was müssen wir uns jetzt ein Stück weit einstellen, die Menschen? Sie haben es am Anfang schon beschrieben. Aber wenn Sie sagen Strahlenschutz irgendwie, also wenn man mit ganz normalen Menschen in Mecklenburg-Vormauern spricht, gibt es da Ängste letztendlich, was man machen muss, was man machen kann? Die meisten sagen natürlich Ruhe bewahren. Aber im Hintergrund tagen natürlich auch Krisenstäbe. Ja, mein Ende ist der Wunsch ist natürlich, dass diese Vertragsparteien an den Tisch kommen und nicht nur reden, sondern auch diesen Krieg beenden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das nicht gelingt, muss man schon auch über alles nachdenken, was hier passieren kann. Und da gilt es erstens natürlich, in der Familie zusammenzuhalten. Das ist ja mit der wichtigste Punkt. Die Gesellschaft zusammenzuhalten und auch mal darüber nachzudenken, was ist das für ein Geschenk? Wir haben die deutsche Einheit geschafft. Wir haben die europäische Einheit geschafft. Aber man muss auch mal sagen, die Ukraine erlebt vielleicht jetzt den Preis für unsere europäische Einheit, für die deutsche Einheit. Die bezahlt die Ukraine. Und das tut mir in der Seele weh. Wir haben Freunde in der Ukraine, wo es jetzt darum geht, die Eltern herzuholen. Aber wir haben auch Freunde in Russland. Das darf man auch nochmal sagen. Dass die Menschheit nicht endlich begreift, dass mit einer kriegerischen Auseinandersetzung, mit Waffengewalt, wird man keine Probleme lösen. Und deswegen kann ich nur hoffen, erstens, dass wir aus diesem Dilemma schnell rauskommen. Und zum Zweiten, man muss sicher auch über den Tag hinaus denken. Ich hoffe, dass wir möglichst bald zur Ruhe kommen, Frieden wieder einkehrt und dann darf sowas nicht nochmal passieren. Da muss die Diplomatie ran. Und die hat versagt. Und das beginnt nicht 2014. Das beginnt eigentlich schon 2010. Vielleicht beginnt es auch 1987, 88, 89. Ich habe in der letzten Volkskammer gesessen. Da ist zugesichert worden, dass über die Grenze der DDR die NATO sich nicht weiter ausbreitet. Man muss das alles in Geschichten und in Geschichtsentwicklung einbinden. Und ich verteidige hier in keinster Weise einen Krieg, in keinster Weise. Aber man muss jetzt Lösungen schaffen und der Krieg muss beendet werden, und zwar sofort. Herr Minister, vielen Dank für dieses Gespräch. Und liebe Zuschauer, klare Worte von unserem Klimaschutz-, Landwirtschafts- und Umweltminister Till Backhaus. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heiß ist, Interview der Woche.